Sehr verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, selbstverständlich müssen wir als Gesetzgeber beraten, wenn wir nicht nur Grundrechte der Bevölkerung einschränken, sondern wenn wir grundlegende Lebensbedingungen der hessischen Bevölkerung so verändern, dass er nun auch zunehmend Menschen sich verunsichert zeigen und auch zunehmend Menschen in Umfragen zu Protokoll geben, dass sie nicht mehr verstehen, was von ihnen verlangt wird oder warum es von ihnen verlangt wird. Das ist Pflicht und Schuldigkeit von uns als der Volksvertretung, genau diese Situation zu beobachten, aufzunehmen und als Gesetzgeber darauf zu reagieren. Es hat auch bei Ihnen in der Koalition zu Verwunderung geführt, dass wir als die einzige Oppositionsfraktion ihren Gesetzentwurf jetzt nicht ablehnen, sondern uns enthalten haben, das folgt der von uns immer ausgeübten Maxime. Wir finden es nicht falsch, was Sie da machen. Es geht uns nicht weit genug, es ist in einem Detail wahrscheinlich sogar irreführend, aber wir unterstützen prinzipiell das Ansinnen, dass darüber eine Parlamentsbeteiligung, naja, sagen wir mal, zumindest geregelt wird. Was wir aber nicht unterstützen, ist dieser Zeitdruck, den Sie jetzt auf einmal da reinbringen. Ich erinnere zum Beispiel daran, es wurde angeregt, dass wir eine Gesetzeslesung in diesem Haus am Rande der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten diskutieren sollten. Ja, entschuldigen Sie mal bitte, geht es noch? Das eine ist eine Regierungserklärung, und das andere ist ein Gesetz dieses Hauses. Das können wir doch nicht vermischen. Da haben Sie ein ganz merkwürdiges Demokratieverstandnis. Der Ministerpräsident hat am früheren Tag heute, und Sie, Frau Klaus, haben sich ja gerade darauf bezogen, dass auch ohne, dass wir das Gesetz schon haben, der Ministerpräsident sich daran hält. Ich will das aber noch einmal genau zitieren, was Herr Bouvier gesagt hat. Er hat uns in diesem Haus davor in Kenntnis gesetzt, dass es zukünftig Ausgangsverbote in der Nacht geben wird. Sein zweiter Satz war, die Betroffenen sind informiert. Entschuldigen Sie, Herr Ministerpräsident, bin ich kein Betroffener, wenn Sie hier uns mitteilen, was die Hessinnen und Hessen in massiver Weise betreffen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist die falsche Reihenfolge. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch einen Zweifel daran haben, welche Wertschätzung unser Ministerpräsident der parlamentarischen Debatte entgegenbringt, so rate ich Ihnen, die Ausführungen vom Ministerpräsident Bouvier in der letzten Bundes-, der außerordentlichen Bundesratssitzung nachzulesen, Sie sind uns allen zugegangen, wo er ganz deutlich sagt, dass er von dieser parlamentarischen Debatte von Maßnahmen überhaupt nichts hält. Das ist nicht meine Aussage gewesen, Herr Bellino, sondern Ihre, wenn Sie hier Quatsch rufen. Ich habe das vorsichtiger formuliert. Meine Damen und Herren, ich stelle für meine Fraktion fest, es gibt keinen Zeitdruck. Wir als Parlament können jederzeit zu allem, was wir für notwendig erachten, die gesetzgeberische Kompetenz entfalten. Sie haben ohne Zeitdruck eine ordentliche Anhörung dieses Gesetzentwurfs verweigert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Bellino, jetzt beruhigen Sie sich doch einmal. Wir kommen nachher noch zu einem Bier. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN im Geschäftsgang befindlichen Gesetzentwurfen durchaus redenswerte Alternativen vorhanden sind. Wenn man solche Alternativen hat, ist es gute demokratische Praxis, darüber sich mit Experten zu unterhalten und dann eine sachkundige Entscheidung in diesem Haus zu fällen. Das war von Ihnen nicht gewollt. Sie drücken Ihre Mehrheit durch. Okay, so ist es halt. Vielen Dank. Vielen Dank.